Sag nicht immer groß auf Deutsch. Nutze auch diese Alternativen. Der Elefant ist riesig. Das Gebäude ist gigantisch. Die Kosten sind immens. Das Stadion ist kolossal. Das Haus ist hoch. Sag nicht immer ich denke auf Deutsch. Nutze auch diese Alternativen. Meiner Meinung nach ist das ein wichtiges Thema. Meines Erachtens ist das ein wichtiges Thema. Aus meiner Perspektive gesehen ist das ein wichtiges Thema. Sag nicht immer ich habe kein Geld. Nutze diese Alternativen. Ich bin pleite. Ich bin bankrott. Bei mir ist nichts zu holen. Ich bin finanziell am Ende. Ich bin zurzeit nicht flüssig. Ich bin finanziell am Ende.